Zu dem Preis gibt es woanders nur die Fußmatten. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Hallo, Ioannis Masmanidis ist mein Name, FC Leverkusen und das ist meine Traumelf im Tor Rene Adler. Rechts mein Ex-Mitspieler aus Belgien, CS Wiser, Nicolas Perna, ein eiskalter Verteidiger. Lucio brauche ich nicht näher vorzustellen. Valentin Gauffin, alles open, knallharter Verteidiger. Kevin Kiss, alles open, eine Maschine, hoch und runter, bearbeitet die Linie. Luigi Vaccaro, ein spielerisch sehr intelligenter Sechser, auch CS Wiser. Fisnik Mikftari, ein Techniker, der auch die Linie hoch und runter marschiert, auch als open. Federico Conti, ein eigentlicher Spielmacher, der aber auf der linken Seite spielt, weil er überfordert ist im Zentrum. Auch CS Wiser, Bernd Schneider, brauche ich nicht vorzustellen, ein sehr, 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 sehr guter Spieler. Matteo Prandelli, italienischer Bomber, auch CS Wiser und natürlich darf nicht fehlen meine Wenigkeit und das ist meine Traumelf. Weit unter Tarif bezahlt, mault aber nicht. Mieten Sie den Vito für nur 6,90 pro Stunde bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. FISN 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 FISN